Ey, halt dein Maul, Jan. Was ist die Steps, oder? Ja... Mir doch egal. Ich bin offline. Ach, gebraucht. Du bist offline. Du bist offline. Du bist offline? Ich bin nicht online. Nee, du bist nur offline. Bei mir, du bist offline. Mein Shit schlachten. Hast du dich offline gestellt bei... Nein. Ja, jetzt wirst du mir auch online gezeigt. Komm, einladen. Aber du kannst immer mit einladen. Ah, jetzt kannst du dich einladen. Wow, Henne. Du hast noch gar nicht Far Cry gestartet gehabt. Ich bin die ganze Zeit in der Runde. Guck mal, Henne. Guck mal, Isa. Wenn wir damit fahren, dann ist das Bier vorbei, ne? Ja, dann fahren wir nach Amerika. Ist das das Secret-Ende? Ja, ja. Du kannst mit dem Boot nach... Wegfahren, dann bist du in Amerika. Ich glaube, ich spreche ja mit Günther. Der Typ da wieder. Ich komme... ... in dein Arsch. Was? Mit Uran kann man das kaufen. Was von mir? Ein Pinsel? Was hast du denn für ein Gerücht? Du hast mir für's gekriegt, ne? Oh, ja. Was für eine Grafikkarte. Der kann sie sich schon selber holen, meine alte GTX. Günther hat eine 3080... ... von Jan... TI geholt. Ja, die hat er bei mir gewonnen im Gewinnspiel. Echt? Finster. Gehen wir mal auf... ... Nexus Mods. Ah, ja. Die Konsole... ... Mittelkonsole von meinem... ... Wagen ist auch Französisch. Schmal, ich kann auch keine Waffen ziehen. Er steuert seine Konsole mit der Steuerkonsole. Oh Gott, das hätte ich lange nicht mehr gehört. Ja. Sobald du wieder ins Antuario bist, du wirst überall noch Waffen, Munition und... Ja, okay. NRW. Und da ist Kevin. Wo wohnt Rainer? Die eigentliche Frage ist... Ist das so jemand, der mit Geld und sowas angibt? Nee. Oder ist ihm das wichtig, dass Leute denken, er hat Geld? Nee. Also der kommt jeden Tag im... ...Jakett, also Halbanzug zur Schule. Ja, weil der ist Ryanair geflogen. Ach. Können wir auch suchen, wo wir heute erst hingehen. Ich will hier nach Thüringen, ja. Da ist Thüringen. Der ist Liedersachsen, der ist Bielefeld. Und wo ist Thüringen? Gibt's nicht. Hä? Lieber Tat nimmt die Hauptstadt, wir schlitzen Antons Kehle auf, ...drehen sein Blut und so weiter. Uuuh. Daniel, Ruhe bitte. Ich versuche hier ein Diktar zu machen. Uuuh, das war gut. Immer bei Daniel. Ach, seht ja nicht so cool aus damit. Können da zwei... Da können sogar zwei rein, nice. Äh, wartest du auf mich? Tschüss. Wo bist du denn? ...much mal Quadrotten. Oho, ohohohoho. Ohohohoho! Hä? Ja, komm. Reicht. Hä? Ach, ich darf nicht ins Lager damit reinfliegen. Deshalb werde ich weggeportet. Wo ist denn dein Ding? Wo ist denn dein Boot? Ja Moment, ich komm jetzt schon wieder. Hä, wo ist denn das Ding hier? Hä... Was ist das? Konnte ich rufen. Hä? Komm rein. Damit kann man fliegen, EMP-Gerät machen, dann stürzt man die Leute ab. Nein. Kannst nicht auf dem Land landen? Ich glaube, wir waren angeschossen. Wie der Helis kaputt. Aua. Wo ist die? Ich seh die nicht im Wald. Easy. Oh nein, da kommt ein Hund. Ich hetze den Hund da drauf, äh, das Krokodil auf den Hund. Mal gucken, wer gewinnt. Nein, greif doch an. Ey. Tschüss. Hallo. Ach so, die Scheiße. Hast du da irgendwas hingeschmissen? Ne, da ist irgendwie so ein... Bist du noch drauf? Naja. Dann hol mal den Druck. Iiii. Die sind Container. Ist dann was drin? Ich wollte doch nur reingucken. Ich bin jetzt wieder... Oh, da ist ein toter Typ. Oh. Nö. Da ist eine Lust auf dich. Na? Nö. Da ist eine Kiste. Oh shit. Da ist eine Kiste. Oh, oh. Äh. Der Heli brennt. Heli brennt? Ne Farmer ist da drin. Hast du den... ...kaputt gemacht? Nein. Ach, keine. Da sind wieder zwei Probleme. Oh Mann, Kirschhoff. Henne, warum schießt du? Ist das eine Basis? Ja. Warum überhitzt du eigentlich immer der Schalldämpfer? Nicht zu warm ist. Ja, wie überhitzt ein Schalldämpfer? Guck mal, der Stärker. Äh. Wie, du hast hier Zivilisten getötet? Das waren keine Zivilisten. Und wer ist das hier im roten Overall? Das war ein... Böser. Mit Geschütz dran, ich baller's ab. Das kommt gar nicht auf uns zu. Naja, aber es nicht. Das kommt nicht auf uns. Jetzt ist das hier am Schrand. Ja, Raketenwerfer. Jetzt nicht mehr. Der brennt, glaube ich. Ja. Ich hab Brandmunition.